Das ist nicht die Highschool, Mann. Das ist ein völlig neues Level. Du bist ein Niemand. Wer bist denn du? Jake. Bradford. Hier bist du auf dich allein gestellt. Entschuldige. Bitte. Bis dann. Ich mach mir echt Sorgen wegen den neuen Typen. Das wird echt ein schräges Jahr, Mann. Zwei Regeln. Kein Alkohol in diesem Haus. Keine Mädchen oben in den Schlafzimmern. Sagen wir mal Hallo. T-t-t-t-t-t. Verkiss doch hier schlucht dich. Hey, Ladies. Ihr verschwendet eure Zeit. Lesben. Mir gefällt der schüchterne Typ, der auf dem Ruck sitzt. Ich will sehen, in welchem Zimmer sie wohnt. Das liegt schwer nach einstweiliger Verfügung. Woher wusstest du, in welchem Zimmer ich wohne? Ich studiere investigativen Journalismus. Ich schätze, dann kennst du auch meinen Namen. Ja, wenn du ihn mir sagst. Die Dinge bedeuten nur so viel, wie wir ihn an Bedeutung beimessen. Es geht darum, sich für etwas einzusetzen. Sie ist ziemlich klug. Nicht so wie die anderen holen Tostes, die herumrennen. Dann pass ja auf, dass du nicht rüberkommst wie so ein Volltrottel. Hey! Hey! Du bist blond. Ich weiß. Das ist ein neuer Schulrekord. Ich bin eher der Stille-Tipp, weißt du? Das ist so sexy. Du hast gesagt, du stehst auf den schüchternen Typen auf dem Rücksitz. War das wahr? Ja klar, aber dummerweise bist du gar nicht so schüchtern.